Sacramento SAEKEMNTO ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien. Die Stadt liegt im Zentrum des Sacramento Valley an der Mündung des American River in den Sacramento River. Geschichte Ab 1839 war das Gebiet Teil von Neu-Helvizien, einer Privatkolonie, die der Schweizer Einwanderer Johann August Sutter mit der Erlaubnis der mexikanischen Verwaltung gründete. Nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1846-48 still wurde ganz Kalifornien amerikanisch. 1848 brach Sotas Kolonie unter dem Druck des kalifornischen Goldrausches zusammen. In Folge des Goldrausches ist die Siedlung Sacramento als Goldgräbersiedlung an der Mündung des American River in den Sacramento River entstanden. In dieser Zeit kamen die Goldsucher mit dem Schiff hierher, um dann zu Fuß zu suchen. Bereits 1850 wurde Sacramento zur Stadt erklärt, 1854 zur Hauptstadt des Bundesstaats Kalifornien. Nachdem 1856 die erste Eisenbahn eröffnet wurde, wuchs Sacramento zu einem Handelszentrum heran und wurde schnell als Boomtown on the River bekannt. Das weithin sichtbare State-Capitol entstand zwischen 1861 und 1869 und durch den Bau eines Kanals im Jahre 1963 wurde die Schifffahrt erheblich erleichtert. 1964 wurde der Vorort North Sacramento eingemeindet. Sacramento ist bekannt für die Textil- und Lebensmittelindustrie. Klima Obwohl die Stadt nur 120 Kilometer von der Küste des Pazifiks entfernt liegt, ist es im Hochsommer oft sehr heiß. Im Raum Sacramento herrscht ein mediterranes Klima vor mit milden, meist feuchten Wintern und warmen, trockenen Sommern. Naturereignisse Aufgrund seiner geografischen Lage in Nähe der San Andreas-Verwerfung, wo zwei tektonische Platten aneinanderstoßen, ist Sacramento immer wieder von Erdbeben betroffen. Entwicklung der Einwohnerzahl Kultur und Sehenswürdigkeiten Sacramento ist seit 1947 Sitz der Kalifornischen Staatsbibliothek. Sehenswert sind das Pioniermuseum Fort Sutter und das California State Railroad Museum, eines der besten Eisenbahnmuseen der USA. Das Museum ist in der sogenannten Old Town gelegen, einem nachgebauten Teil der Stadt aus dem 19. Jahrhundert. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das California State Fairgrounds am American River. Die Sleep Trang Arena etwas außerhalb direkt an der Interstate 5 in der Nähe des Flughafens gelegen und Sacramento's Zoo nahe der Innenstadt. Angesichts einer ausgeprägten Musikszene und mit der Stadt assoziierten Bands wie den Deftons, Paparocci und fahrgelt Sacramento ferner auch als Wiege des No-Metal. 1972 wurde die Stadt durch Middel of the Road in einem Lied musikalisch verewigt. Wirtschaft und Infrastruktur Wirtschaftliche Bedeutung besitzen der Obstanbau, Konserven, Maschinen, Automobil, Holz- und Nahrungsmittelindustrie. Verkehr Sacramento hat Anbindung an die Interstate 80 und die Interstate 5 und liegt etwa 140 Kilometer nordöstlich von San Francisco, 200 Kilometer südwestlich von Reno und 550 Kilometer nördlich von Los Angeles. Vom Sacramento International Airport sind Flüge in viele Städte der USA möglich. Eine wichtige Stütze des innerstädtischen Nahverkehrs ist die Light Rail Transit Straßenbahn. Der Port of Sacramento ist über den Sacramento Deportorship Channel mit dem Sacramento River verbunden, wodurch eine schiffbare Verbindung zur Bucht von San Francisco besteht. Bildung In Sacramento befindet sich die California State University Sacramento Sportvereine Sacramento Kings Sacramento River Cats Sacramento Knights Sacramento Mountain Lions Sacramento Republic FC Städte Partnerschaften Kirschinau, Moldawien Hamilton, Neuseeland Jinan, Volksrepublik China Liestal, Schweiz Manila, Philippinen Matsuyama, Japan Yongsan-Goo, Südkorea Bethlehem, seit 2009 In Sacramento geborene Personen Hiram Johnson, Politiker Ray Collins, Schauspieler Henry Hathaway, Filmregisseur Dick Jorgens, Swingbandleiter Ray Eames, Designerin und Architektin Ramon E. Moore, Mathematiker Michael Adams, Testpilot Thomas Gono, Gewichtheber John Didion, Journalistin und Buchautorin Mel Ramos, Künstler Anthony Kennedy, Richter Roger Fouts, Psychologe und Anthropologe Thomas King, Autor Bill Meis, Jazz-Pianist Sam Elliot, Schauspieler Adrian Barbeau, Schauspielerin Mike Clark, Schlagzeuger Gerald und Charlene Gallego, Serienmörder Richard Chase, Serienmörder Kathy Hammond, Leichtathletin und Olympione Kinn Steffen Robinson, Astronaut Jeffrey B. Croft, Szenenbildner Thomas King-Kade, Maler Daniel Johnston, Musiker und Künstler Rodney King, afroamerikanisches Opfer von Polizei Willkür Daniel Bell, Technoproduzent und EJ Christine Krone, Skirennläuferin Bordelin Schahn, Rapper Maren Dongay, Schauspielerin Chad Gerlach, Radrennfahrer Chino Moreno, Musiker Johannes von Oferbick, Autorennfahrer Jakob Golden, Musiker Colleen Hengs, Schauspieler Jessica Cheston, Schauspielerin Joey Hunt, Rennfahrer Kevin Goldweite, Fußballspieler Greta Gerwig, Schauspielerin Drehbuchautorin und Filmregisseurin Randy Lev, Pokerspieler Kaiden Cross, Pornodarstellerin und Model Sasha Gray, Pornodarstellerin, Schauspielerin, Musikerin und Autoren Veronika Ricci, Pornodarstellerin und Schauspielerin Bailey Buntein, Schauspielerin und Tänzerin Mitglieder der Popgruppe Chimorelli Sonstiges Sacramento ist eine der exemplarisch ausgewählten US-Kleinstädte in Ken Burns Dokumentarreihe Zewa über den Zweiten Weltkrieg Schauspielerin und Tänzerin und Tänzerin Sicher, Pornodarstellerin, Schauspielerin, Schauspielerin und Schauspielerin Schauspielerin